Ist Lust bei dir schon lange kein Thema mehr? Oder ist es bei dir so, dass du nach den ersten paar Monaten Beziehung einfach deine Lust verlierst und sie auch unwiederbringlich weg ist? Dann bleib an diesem Video dran. Ich erzähle dir nämlich, welche Themen dazu führen können, dass Frauen Lust verlieren. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Elisabeth Huber. Ich bin Diplom-Psychologin und ich arbeite mit Frauen daran, dass sie ihre Lust wieder entdecken können bzw. ihre Lust für sich am Leben halten können. Ganz häufig bekomme ich den Eindruck, dass Frauen das Gefühl haben, Lust ist entweder erst da oder sie ist nicht da. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum, den ich heute entmystifizieren möchte. Denn Lust ist relativ kompliziert. Bei der weiblichen Lust weiß man mittlerweile schon ein bisschen mehr als bei der männlichen. Von daher rede ich heute über die Faktoren, die Lust beeinflussen können. Und zwar über die, die wir mental beeinflussen können. Denn es gibt viele physische Einflussfaktoren, die auch dazu beitragen, dass Frauen keine Lust haben. Unter anderem, dass sie psychische Erkrankungen haben oder dass sie zum Beispiel unter einem sehr, sehr niedrigen Testosteronwert leiden. Und teilweise ist die Lust ja auch zyklusabhängig. Aber unabhängig davon gibt es andere Faktoren, wie du deine Lust beeinflussen kannst und wie sie teilweise von außen beeinflusst wird. Und darauf gehe ich nun im Folgenden ein. Lust ist nicht sowas wie ein Extrem. Also es gibt nicht sowas wie Lust und Unlust, sondern eigentlich spannt sich es in zwei unterschiedlichen Dimensionen aus. Die eine Dimension ist tatsächlich die Unlust, die andere Dimension ist die Lust. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Gaspedal und eine Bremse. Die Bremse ist das, was Unlust verursacht. Das Gaspedal ist das, was die Lust verursacht. Und deswegen ist es auch immer ganz wichtig, wenn jemand unter Unlust leidet oder das Gefühl hat, sehr wenig Lust zu haben, herauszufinden, welche Faktoren und welche Einflussgrößen die Unlust fördern und welche die Lust fördern. Das Problem ist nämlich, lusthemmende Größen, die verderben unsere Lust nämlich häufig ganz schön immens. Und nicht jeder hat gleich sensibles Kippschalter. Das heißt, bei den einen Menschen ist die Lustbremse ziemlich stark und springt ziemlich schnell an. Bei anderen Menschen ist es eher anders. Da ist die Lust, da ist das Gaspedal, also die Lust, ein ganz großer Motor, der fast keine Bremse entgegensteht. Es geht also darum, immer wieder herauszufinden, was sind meine Antörner und was sind die Abtörner. Dabei ist gerade bei der weiblichen Lust darauf zu achten, nicht nur das zu betrachten, was beim Sex tatsächlich passiert. Also, welche Stellung, welche Berührung, welche Geschwindigkeit, welche Intensität und welche Art von Sex praktiziert wird. Das ist natürlich auch schon wichtig und es ist wichtig herauszufinden, was man eigentlich mag und was man nicht so mag. Aber es geht auch darum, diese Umgebungsfaktoren herauszufinden. Beispielsweise können Bremsklötze sein ein unaufgeräumtes Zimmer. Das hört sich für Männer manchmal ganz komisch an, aber einige Frauen werden da sehr connecten können. Es kann aber auch die Tageszeit sein, es kann der Stresslevel sein. Es kann aber generell auch der Druck sein, der entsteht in der Situation, wenn die Frau das Gefühl hat, ich muss jetzt Sex haben. Weiterer Punkt kann die Ungestörtheit sein. Also, guck genau darauf, welche Einflussgrößen bei dir die Bremse ankicken. Und wenn du schon weißt, welche Dinge förderlich und welche Dinge hinderlich sind, dann ist es besonders wichtig, diese auch zu kommunizieren. Denn der Partner ist völlig anders als du. Deswegen solltest du verbal oder nonverbal mitteilen, auf was du Wert legst. Und wenn es eben die dreckigen Socken sind, die dich stören, dann ist es wichtig, deinem Partner das mitzuteilen, damit er oder sie darauf achten kann, dass er oder sie es wegräumt. Dann geht es auch um die eigenen Überzeugungen. Frauen legen vor allen Dingen viel Wert darauf, dem Mann auch im Bett zu gefallen oder eben gut im Bett zu sein. Häufig übergehen sie dabei ihre eigenen Bedürfnisse und sie wollen besondere Kriterien erfüllen, zum Beispiel Orgasmen haben oder besonders aufregend im Bett sein. Oder sie haben das Gefühl, naja, jetzt muss ich ja mal wieder. Das sind alles Dinge, die Druck aufbauen und die Lust tatsächlich negativ beeinflussen können. Ein weiterer Faktor, der bei vielen Frauen ein Einflussfaktor ist auf die Lust, ist, dass sie das Gefühl haben, sich nicht richtig gut abgrenzen zu können vom Bedürfnis des eigenen Partners. Das bedeutet ganz konkret, dass viele Frauen das Gefühl haben, nicht aus sich heraus Lust entwickeln zu können, sondern dass an sie ständig die Erwartung herangetragen wird, dass sie ständig Sex haben müssen. Und das führt dazu, dass bei Frauen die Lust nach und nach verschwindet. Eine weitere Einflussgröße ist der Punkt, dass Frauen sich ihre Lust zugestehen müssen, um sie auch für sich entdecken zu können oder auch einen Ausdruck dafür zu finden, der zu ihnen passt. Denn nicht jede Frau mag alles gerne, nicht jede Frau ist entweder der Vamp oder ein total verspieltes Mädchen, was auch immer man sich als sexuelle Bilder vorstellt, sondern es geht darum, dass Frauen einen sehr, sehr authentischen Ausdruck ihrer eigenen Sexualität finden müssen, um Lust zu haben und auch proaktiv zu agieren. Und dann sind sie auch die wilden, verspielten oder auch sehr ruhigen Sexpartnerinnen, die sie eben dann auch sind. Und dieser Ausdruck ihrer individuellen Lust muss auch Platz in der Partnerschaft haben. Das heißt halt auch, wenn der Partner keinen Raum einräumt für die individuelle Lust der Partnerin, wenn Partner sich lustig machen über den Ausdruck, dann verringert das natürlich auch die Lust von Frauen. Das heißt halt auch, ein bisschen Mut mit reinzubringen in das eigene Sexleben. Ein weiterer Faktor, der dazu beiträgt, dass Frauen nicht so sehr ihre Lust für sich in Besitz nehmen ist, dass sie sich selbst als Objekt sehen. Das ist ein Faktor, der ihnen anerzogen wird. Also kein Mensch sieht sich selbst als Objekt. Doch Frauen wird anerzogen, dass sie in einer bestimmten Art und Weise zu sein haben, dass Sex gut ist oder dass Sex erfüllend ist. Dementsprechend lernen sie von ganz, ganz klein, Bedürfnisse zu erfüllen. Da beißt sich dann die Katze selbst in den Schwanz am Schluss, wenn Frauen ja nicht gelernt haben, sich selber zu repräsentieren, sich selber einzubringen und sich immer nur von außen zu bewerten. Zum Beispiel hemmt es viele Frauen, dass sie sich zu dick fühlen, zu schlank, zu wenig Oberweite, zu viel Oberweite. Dass sie sich nicht laut genug oder wild genug, exzentrisch oder intrinsisch genug fühlen, sondern dass sie das Gefühl haben, nicht dem Bild zu entsprechen, dem sie eigentlich entsprechen sollten. Natürlich wissen viele Frauen, dass es eigentlich völliger Blödsinn ist, aber trotz allem ist diese Erziehungskultur so tief verankert, dass es für viele Frauen schwierig ist, dieses Bild der Objektifizierung von sich zu weisen und ihre Sexualität als Subjekt wahrzunehmen. Das heißt, als eine Person, die sich selber fragt, wie fühlt sich das an? Ist es gerade gut? Was macht mir gerade Spaß? Ein weiterer Punkt ist, dass Frauen häufig der Zugang zur Alltagserotik fehlt oder dass sie es noch nicht mal wahrnehmen, wenn sie im Alltag sich erotisch fühlen. Das heißt, die kleinen Flirts, die kleinen Lustsituationen, die fast jeder im Alltag immer wieder verspürt, wenn er nicht gestresst ist, dass diese Dinge eben nicht mehr wahrgenommen werden oder dass diese Dinge wahrgenommen werden, aber nicht zu einer Aktion führen. Und da sind Frauen besonders anfällig dafür, denn sie fühlen sich häufig sehr verantwortlich für das, was in ihrem Alltag passiert, was in der Familie passiert, was in der Partnerschaft passiert. Und wenn dann eben sehr viel Verantwortung auf ihnen lastet, haben sie das Gefühl, eigentlich nicht mehr Sex haben zu wollen, weil sie nicht in dieses Gefühl reinkommen, loslassen zu können. Ein weiterer Faktor ist natürlich der Stress. Egal, ob er von der Arbeit kommt, ob es von der Familiensituation kommt, ob das von Streit zwischen den Partnern kommt, ist es trotzdem immer ein Einflussfaktor. Natürlich ist auch ein Einflussfaktor Langeweile. Man könnte es fast nicht glauben, aber die meisten Frauen verlieren ihre Lust darüber, weil sie sich gelangweilt fühlen, einerseits von der Art des Sex, andererseits davon, was sie beim Sex erleben. Von daher ist es wichtig, keine Langeweile aufkommen zu lassen und Langeweile in der Hinsicht, dass Frauen aus sich heraus kreativ werden dürfen. Das hört sich ein bisschen hochgestochen an, weil ich weiß, viele Männer sagen, naja, meine Frau wird ja nicht aktiv. Das verstehe ich, aber wenn dann ganz viel andere Themen noch dazukommen, die die Lust hemmen, dann wird es auch schwierig, kreativ zu sein. Und natürlich können auch Beziehungsprobleme dazu führen, dass Frauen keine Lust mehr auf Intimität haben. Das alles hört sich jetzt wahnsinnig komplex an und ist es in gewisser Weise auch und es ist nie nur ein Punkt, der zutrifft, wenn eine Frau ihre Lust verliert. Häufig weiß man das nicht so genau und es ist sinnvoll, sich viele Punkte anzuschauen, dass Frauen wieder in ihre Lust kommen und sie für sich auch gestalten können. Denn Gestaltung ist das Ziel eines jeden Lusttrainings, das man haben kann. Wenn dann die Ursache für die Unlust geklärt ist oder was vielleicht nicht passt, dann sind die Lösungen meistens relativ einfach. Und darum geht es zum Beispiel auch in meinem Lustprojekt, das ich jedes Jahr mit einer Gruppe von Frauen abhalte. Hat dir dieses Video gefallen? War es informativ für dich? Hast du Fragen dazu? Kommentier es bitte unten, lass mir einen Daumen hoch da und wir sehen uns im nächsten Video.